Da kann ich ja auch zeigen, dass man dem Film auch scheiße aussehen kann, du blöde Kuh. Pass auf meine eigene 4U-Page. Ich hasse dieses TikTok. Das schlechteste TikTok, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, warum das auf meiner 4U-Page ist. Ich schwöre euch. Das hat nichts mit mir zu tun. Alter, ihr kriegt jetzt voll den Einblick in mein persönliches Leben. Das ist voll schlimm. Ihr müsst wissen, ich benutze TikTok sehr aktiv, privat. Also, kann man kurz gucken, was so meine TikTok-Bildschirmzeit ist. Es wird wahrscheinlich nicht so viel sein, weil wenn mein eines Handy leer ist, dann benutze ich am anderen Handy TikTok. Das geht 30 Minuten, eine Stunde, eine Stunde 30, 30 Stunden. Also, ich verbringe im Durchschnitt 30 bis 60 Minuten am Tag auf TikTok. Naja, auf jeden Fall hat Chris, damit ich die TikToks nicht sehe und auch mich nicht vorher Spoiler, mein Handy genommen und hat meine 4U-Page rausgesucht und hat, glaube ich, 80 bis 100 TikToks meiner 4U-Page geliked. Und die schauen wir uns jetzt an. Weiß ich jetzt nicht, ich wäre jetzt ein TikTok, was ich einfach geskippt hätte. Das ist Vincent Weiss! Oh, das ist ein TikTok von Vincent Weiss. Oh, ja, mh. Sport News, Jeremy Fragrance ist bei uns zu Gast als Parfums-Influencer, hat Millionen Klicks auf TikTok, auf YouTube. Boah, sehe ich cool aus. Oh, shit, sehe ich cool aus. Ich habe sehr viel Jeremy Fragrance auf meiner 4U-Page, ich kann euch nicht sagen, warum. Hallo junge Frau. Hallo, klein. Sieht ja gut aus. Ja, danke schön. Wie ist denn die Outfit wert? Okay, ungefähr so 80.000, aber weit entfernt von deinem. Das ist von Kilian Kerner. Ja, sag ich. Von der Show bist du gerade hier. Ja. Hat den Designer gedisst. Das war auf so vielen Ebenen so unangenehm. 80.000 Euro, Outfit, interessante Sache, freut mich für sie, toll. Aber dann, wieso sagt sie dann 80.000 Euro und wieso sagt sie dann noch weit entfernt von deinem? Das ist so richtig dreist. Ich liebe es. Es ist so lustig. Ich liebe es. Ich habe so viele, so viele Cooper-Memes, Cooper-Memes auf meiner TikTok-4U-Page. Auch so, Mario has burned down your whole house. Dann ist da so ein brennendes Haus und dann ist so diese Musik und dann ist so da, da. Das beste neue Meme, was gerade nach oben geht. Ich hoffe, dass es nicht auffällt und für immer existiert. Ich will nicht sagen, das jetzt. Ich glaube, ich kann es nicht ruinieren. Ich denke, ich bin straight. Ich denke, ich bin straight. Ich denke, ich bin vielleicht straight. Das ist mein Impression, von Leuten zu reagieren, zu einem Filter für den ersten Mal. Ich... Ich... Ich denke, ich werde magenta. Ich weiß. Ich fühle mich, magenta, heute. Ich denke, ich denke, es ist irgendwie... Ich denke, ich denke, ich komme... Fuck, du. Ich denke, ich denke, ich denke, ich bin immer wieder Magenta. Das ist so, ich denke. Magenta. Oh, fuck. Oh. Ich denke, magenta, wahrscheinlich. Ich denke, ich denke... Motherfucker. So true, wirklich. Es ist so true. Hätte ein bisschen kurzer sein können, das TikTok, dann wäre es lustiger gewesen. Ah, but yes. Weiß ich nicht, warum das auf meiner TikTok4U-Page ist. Das fühle ich gar nicht auf meiner TikTok4U-Page. Ja, es ist satisfying, warum auch immer das satisfying ist. Ich weiß nicht, warum. Das gefällt mir. Das finde ich ein bisschen geil. Doch, finde ich gut. Jetzt gefällt es mir gar nicht mehr. Das finde ich jetzt richtig scheiße. Ich dachte, sie lässt das trocken und dann zieht die das raus und dann ist der Dreck draußen aus dem Ganzen. Weil das an einem hängt. Ich dachte, die macht das sauber. Was machst du? Okay, walk it this way. Walk it this way. Turn your sink on. And just rinse out the extra. The glue will protect it, I think. Und jetzt? Okay, now it's clean. Und jetzt kannst du keine Taste mehr drücken. Die Tastatur geht nicht mehr. Du bist dumm. Ja, weil wenn du so gut aussiehst, dann siehst du auch mit diesem Filter nicht scheiße aus. Hä? Soll ich den Trend mal machen, wenn ich abends ungeschminkt oder morgens aufwache? Da kann ich ja auch zeigen, dass man mit dem Filter auch scheiße aussehen kann, du blöde Kuh. Ich versau mal auf meine eigene For You-Page. Wieso klang sie mit My boyfriend kills people eins zu eins, wie als wäre sie ein GTA-Character, den du gerade angerempelt hast? Mark! War okay, Mark. Am Ende ist der einmal zu viel gehopst. War okay, Mark. War okay, War well. Und dann schnell, über die Topf, über die Topf. Und dann, was wir tun, ist, wir nehmen unsere Butter, und wir gehen das um die Pan, wie das so. Meldet es um, all die Richtung. Just so. Und das wird uns ein schönes Lippe surface für uns zu gehen in mit unseren Eggwhites. Das gab 5 Minuten, ich spule vor. Ich hasse dieses TikTok. Das schlechteste TikTok, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich hatte mich im Leben gesehen. Ich hatte es in meinem Leben. Ich habe das Leben zu verraten. Ich habe das Leben gesehen. Du bist einfach nur zum Einkaufen fahren und gehst in deiner Garage und du hörst einfach das hier. Bro, da bin ich mir unsicher, ob da ein Autounfall war oder ob da jemand singt. Scheibe zerplatzt. Das war so ein bisschen, lass es zusammen als Spaß aufnehmen und die erste war so, I remember when und die zweite war so, when I lost my mind. Das ist auf Tryhard gemacht. Get you a friend like this? Jemand, der mich umbringen möchte? Ich weiß nicht, warum das auf meiner For You-Page ist. Ich schwöre euch, das hat nichts mit mir zu tun. I finally found a caterpillar that I've been wanting to meet for a long time. This is the best caterpillar in the world. Kind of looks like a dead stick. Until you annoy him. He turns into a perfect... Was? Wie cool! A little viper. Das ist insanely cool. Das wäre ein TikTok, was ich geliked hätte, um es euch im Streamen zu zeigen, weil das ist ziemlich cool. Guck mal, der junge Mann kriegt einen neuen Haarschnitt, dass er fresh für die Schule ist. Bro, ich dachte auch, dass wenn Kinder kommen. Ja, was sagt ihr, Chad? Was sagt ihr zu meiner For You-Page? War recht akkurat meine For You-Page. Haben noch ein paar TikToks gefehlt, die so über so psychologischen Shit gehen. Aber da habe ich Chris gesagt, er soll die bitte alle rausnehmen. Hahaha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Is magic was soll an 이걸? Bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk